Hallo Leute, heute habe ich euch ein Pilzhaus gebaut und dann habe ich so eine schöne Pilzkuh dazu gemacht. Es ist ein bisschen ausgegelaufen, aber macht ja nichts. Ich finde, die ist richtig cool geworden. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt mir in die Kommentare, was ich bauen soll und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020